genau richtig freund ich habe zwei meiner besten ritter zu verhandlungen mit dem ort führer geschickt sie müssen gleich zurück seien verdammt diese orks werden nie kapitulieren dann nichts wie hin und die bestien ausgeräuchert bedenkt arthas wir sind paladine rache darf niemals unser handeln bestimmen lassen wir unsere leidenschaft zu kampfrausch werden sind wir so schändlich wie die orks ja uta wohlan wenn ihr manns genug seid sollt ihr den angriff führen ich aber gewiss ich bleibe hier auf dass keine dieser garstigen bestien das lager bedrohen kann ich werde nicht versagen das weiß ich freund ich stehe für das licht mehr arbeit ja mein lord besteht etwa gefahr ein solider plan natürlich ein solider plan für die ehre bereit zur arbeit aber ausbau abgeschlossen auch bereit zur arbeit Ausbau abgeschlossen. Bereit zur Arbeit. Das Licht ist meine Stärke. Ein solider Plan. Ich stehe für das Licht. Natürlich. Bereit zur Arbeit. Für die Ehre. Ausbau bereitet zur Arbeit. Ich gehe dann mal. Besteht etwa Gefahr? Jetzt gibt es keine Rettung mehr. Was ist? Na gut. Mehr Arbeit. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ich stehe für das Licht. Besteht etwa Gefahr? Ich stehe für das Licht. Was ist? Ja, mein Lord. Arbeit ist verbrannt. Ja, mein Lord. Was? Ich gehe dann mal. Richtig. Was ist? Ja, mein Lord. Ich kann hier nicht bauen. Ich gehe dann mal. Bereit zur Arbeit. Richtig. Was? Ich gehe dann mal. Es ist mehr Gold erforderlich. 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 Mehr Arbeit. Ja, mein Lord. Was? Richtig. Ich gehe dann mal. Einsatzbereit. Ja, mein Lord. Sagt das Zauberwort. Ich stehe für das Licht. Besteht etwa Gefahr? Es ist mehr Gold erforderlich. Was ist? Einsatzbereit. Ich stehe für das Licht. Arbeit ist verbrannt. Es ist mehr Gold erforderlich. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Was braucht ihr? Befehle? Ich stehe für das Licht. Einsatzbereit. Einsatzbereit. Ja, mein Lord. Errichtet mehr Höfe. Was? Ich kann hier nicht. Gut. Es ist mehr Gold erforderlich. Ja, mein Lord. Was braucht ihr? Ja, mein Lord. Na gut. Ausbau abgeschlossen. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Einsatzbereit. Einsatzbereit. Mehr Arbeit? Ja, mein Lord. Na gut. Ja, mein Linser. Richtig. Das Licht ist meine Stärke. Einsatzbereit. Ich stehe für das Licht. Ja. Törichter Paladin. Törichter Paladin. Die Hexenmeister vom Blackrock-Clan haben gesprochen. Bald wird es Dämonen vom Himmel regnen. Und diese jämmerliche Welt wird brennen. Ja, ja. Dieses Gesülze ist mir nicht fremd. Ihr Orks werdet es nie lernen. Es war nur ein Spiegelbild. Es war nur ein Spiegelbild. Verdammt. Was haben diese Feiglinge vor? Die Stunde des Untergangs naht. Möge dies kümmerliche Opfer unsere Dämonenherren beschwichtigen. Ihr kranken Dreckskerle. Ihr werdet nie davon... Tötet die Orks. Tötet sie alle. Einsatzbereit. Ja, mein Lord. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Was? Das Licht ist meine Stärke. Arbeit ist vollbrannt. Es ist mehr Gold erforderlich. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Einsatzbereit. Richtig. Besteht etwa Gefahr? Das Licht ist meine Stärke. Sag das Zauberwort. Befehle? Natürlich. Ich stehe für das Licht. Natürlich. Unsere Stadt wird belagert. Ja. Einsatzbereit. Ein solider Plan. Natürlich. Ein solider Plan. Seid gegrüßt, werter Mensch. Wollt ihr an unserer Jagd teilnehmen? Was jagt ihr Zwerge denn in dieser Gegend? Wir jagen Schwarzdrachen. Man sagt, das Blut der Drachen könne Waffen mit Feuerzaubern versehen. Ich bin sicher, meine Kameraden teilen den Zauber mit euch, wenn ihr sie findet. Die Feuerzauber, die ihr sucht, könnten nützlich sein. Die Bestie, die verjagen, heißt Cyrinox. Mit eurer Unterstützung hat das Monster keine Chance. Mehr Arbeit? Ja, mein Lord. Ich gehe dann mal. Na gut. Ich stehe für das Licht. Arbeit ist bald. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Besteht etwa Gefahr? Ein solider Plan. Was braucht ihr? Errichtet mehr Höfe. Ja, mein Lord. Ich gehe dann mal. Richtig. Arbeit ist voll gut. Ich gehe dann mal. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Führe dich mit euer Schütze. Ich stehe für das Licht. Besteht etwa Gefahr? Was braucht ihr? Unsere Stadt wird belagert. Ich bin euer Schütze. Ich bin euer Schütze. Ich stehe für das Licht. Mehr Arbeit? Ja, mein Lord. Was? Arbeit ist voll gut. Richtig. Versteht etwa Gefahr? Arbeit ist voll gut. Ich stehe für das Licht. Natürlich. Mehr Arbeit. Arbeit ist voll gut. Es ist mehr Gold erforderlich. Was ist? Ja, mein Lord. Was? Arbeit ist voll gut. Arbeit ist voll gut. Mehr Arbeit? Arbeit ist voll gut. Ich gehe dann mal. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ein solider Plan. Ja. Ein solider Plan. Ja, mein Lord. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Richtig. Ich stehe für das Licht. Ich stehe für das Licht. Ich stehe für das Licht. Ja. Natürlich. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Ihr Sterblichen werdet mit jeder Generation tollkühler. Ausbau abgeschlossen. Feuer! Besteht etwa Gefahr? Ich bin euer Schütze. Habt ihr ein Ziel? Ich stehe für das Licht. Ausbau abgeschlossen. Bringen wir dieses Herz zu den Zwergen zurück. Bau abgeschlossen. Ich stehe für das Licht. Ja. Was ist? Na gut. Richtig. Gelagen und entsichert. Es ist mehr Gold erforderlich. Was braucht ihr? Jawohl, mein Lord. Richtig. Natürlich. Jawohl, mein Lord. Nun werde ich eure Waffen neu schmieden, damit sie mit Sängern der Hitze treffen. Es ist mehr Gold erforderlich. Ich stehe für das Licht. Ich stehe für das Licht. Ich stehe für das Licht. Elender Kerl. Ein solider Plan. Ja. Ich stehe für das Licht. Natürlich. Besteht etwa Gefahr? Ja. Ich stehe für das Licht. Ein solider Plan. Unser Stab wird belastet. Jetzt wird gerichtet. Besteht etwa Gefahr? Eine Verbeugung ist nicht möglich. Das Licht ist meine Stärke. Für die Ehre. Natürlich. Forschung abgeschlossen. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Für meinen Vater, den König. Das Licht ist meine Stärke. Ich stehe für das Licht. Ja, noch entsichert. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ja. Für die Ehre. Ja. Es ist mehr Gold. Merloks? Hier? Die müssen ein Lager in der Nähe haben. Ich stehe für das Licht. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Sag das Zauberwort. Was braucht ihr? Was braucht ihr? Ich habe die Bestie im Visier. Nimm das, du Penner. Versteht etwa Gefahr? Eine Verbeugung ist nicht nötig. Was braucht ihr? Das Licht ist meine Stärke. Jetzt wird gerichtet. Versteht etwa Gefahr? Ja, mein Lord? Na gut. Richtig. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Heiß hier. Ich stehe für das Licht. Das Licht ist meine Stärke. Es ist mehr Gold erforderlich. Ich stehe für das Licht. Forschung abgeschlossen. Sag das Zauberwort. Besteht etwa Gefahr? Für die Ehre. Natürlich. Spürt meinen Zorn. Für die Ehre. Was brauchen wir? Natürlich. Ich stehe für das Licht. Versteht etwa. Ja, mein Länger. Das Licht ist meine Stärke. Versteht etwa. Ich stehe für das Licht. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ja. Es ist mehr Gold erforderlich. Sag das Zauberwort. Angriff! Versteht etwa Gefahr? Für die Ehre. Ja, mein Länger. Schon ein Wachwahn. Abgeschlossen. Verarbeitung ist vollbracht. Ich bin euer Schützer. Heiß hier. Ich habe die Bestie im Visier. Feuer! Ich habe die Bestie im Visier. Versteht etwa Gefahr? Sag das Zauberwort. Was braucht ihr? Eine Verbeugung ist nicht nötig. Heiß hier. Feuer! Was braucht ihr? Was braucht ihr? Lasst mich mal ran. Verschwingt etwa Gefahr? Ja, mein Länger. Zu den Waffen! Eine Verbeugung ist nicht nötig. Das Licht ist meine Stärke. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Das Licht ist meine Stärke. Natürlich. Elender Kerl! Was braucht ihr? Schießen und treffen! Sagt das Zauberwort geschlossen. Habt ihr ein Ziel? Was braucht ihr? Verlangen und entsichern! Besteht etwa Gefahr? Für die Ehre. Heißt ihr? Eine Verbeugung ist nicht nötig. Befehle? Ich bin euer Schütze! Ich stehe für das Licht. Verladen und entsichern! Eine Verbeugung ist nicht nötig. Sagt das Zauberwort! Lasst mich mal ran! Versteht etwa Gefahr? Eine Verbeugung ist nicht nötig. Für meinen Vater den König. Was braucht ihr? Jawohl, mein Lord! Richtig! Angus! Ich stehe für das Licht. Habt ihr ein Ziel? Besteht etwa Gefahr? Besteht etwa Gefahr? Eis hier! Geladen und entsichert! Ja, mein Linzer! Lasst mich mal ran! Was braucht ihr? Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ich stehe für das Licht. Habt ihr ein Ziel? Oh ja! Ich stehe für das Licht. Das Licht ist meine Stärke. Gut gemacht, Freund. Das war ein grandioser Sieg. Ich weiß nicht, Uta. Diese Orks haben Dorfbewohner geopfert. Ich glaube, sie wollten Dämonen beschwören. Habt Vertrauen, Freund. Diese Orks klammern sich an aussterbende Traditionen. Wir haben ihre Dämonen vor langer Zeit besiegt. Gehen wir nach Hause. Es war ein anstrengender Tag.